Amen. Kennst du mich noch? Ich bin Cousine von Sepp. Warum? Weil ich möchte auch ministrant werden. Das geht nicht. Sie dürfen nicht. Ich möchte das unbedingt. Ich hab ja schon gesagt, das geht nicht. Ich halte schon gar nicht mehr aus in den Nachträumen davon. Wenn ich dazuschau, wäre ich aber ganz heiß. Da stimmt was nicht mit dir. Geht zum Doktor. Was ist denn noch? Ich bin kein Vaterred. Wieso? Ich geh halt selber. Nein, bist du halt Feigling. Spinnst du eigentlich? Red halt mit ihm. Du bist denn ganz bei Trost. Du kannst nicht ministrant werden. Das können nur Burma und Schluss aus.